Industriefachwirt, Dauer, Ablauf und Prüfungstermine. Wenn du dieses Video siehst, dann interessierst du dich höchstwahrscheinlich für die Weiterbildung zum Industriefachwirt. Du hast dich schon über mehrere Anbieter informiert und erkundigt und findest da einfach verschiedene Durchführungszeiträume von ein, zwei bis drei Jahren. Und du fragst dich einfach, hey, wie läuft es ab, was ist wichtig und genau darüber sprechen wir jetzt in dem Video. Also grundsätzlich kannst du sagen, es gibt nicht die beste Weiterbildung bzw. den besten Weiterbildungszeitraum. Wenn du eine Weiterbildung machst, hängt es von verschiedenen Kriterien ab. Was für einen Service will ich haben? Wie viel kostet das? Ist mir ein Ansprechpartner wichtig? Ist mir die Flexibilität wichtig? Ist mir wichtig, dass ich auf jeden Fall die Fördergelder, die ich beantragen kann, nicht zurückbekommen, nicht zurückzahlen muss, weil ich die Anforderungen auf jeden Fall erfüllen kann? Ist es mir wichtig, dass ich eine Erfolgsgarantie habe? Ist mir wichtig, dass ich eine App lernen kann? Sind mir Hörbücher wichtig? All das musst du einfach für dich herausfinden, weil es gibt nicht die beste Weiterbildung. Du musst fragen, über welchen Zeitraum möchtest du dich weiterbilden? Was ist für dich am sinnvollsten? Als Beispiel, man kann es nicht verallgemeinern, dass zum Beispiel ein Porsche 911 das beste Auto ist. Also, das beste Auto für wen? Für was? Bei welchem? Was willst du mit dem Auto machen? Also, als Beispiel, wenn du jetzt mit einer 5-, 6-, 7-köpfigen Familie und Verwandtschaft in Urlaub fährst, dann kriegst du ja gar nicht alle Personen unter. Das heißt, das Auto ist dann nicht am besten geeignet. Wenn du jetzt einen Familieneinkauf machst, brauchst du mehr Stauraum. Wenn du jetzt in den Urlaub fahren willst mit einer großen Familie, ist vielleicht ein Van sogar besser. Wenn du jetzt aber auf die Rennstrecke gehst, dann wäre der Porsche 911 vielleicht schon ein sehr gutes Auto. Das heißt, umso mehr Leute du befragst, desto mehr Antworten kriegst du. Und du musst einfach herausfinden, was ist für dich am besten. Weil, wie gesagt, das Allgemeine, was am besten ist, das gibt es nicht. Es kommt immer auf deine Situation ab, an was du benötigst. Und beim Industriefachwirt, da ist es grundsätzlich so, du hast praktisch zwei Prüfungen. Wir haben hier einmal die wirtschaftsbezogene Qualifikation und die handlungsspezifische Qualifikation. Du kannst dir vorstellen, das sind vier Prüfungen, das sind zwei schriftliche Prüfungen, ein Tag, zwei Tage, jeweils eine Prüfung. Dann hast du hier noch ein Fachgespräch, das vernachlässigen wir jetzt mal, weil das ist immer von der örtlichen IHK abhängig, wann das Fachgespräch stattfindet. Gehört aber zur HAKU-Prüfung. Also man kann eigentlich sagen, jede Prüfung, WBQ und HAKU, finden immer zweimal im Jahr statt. Das heißt, als Beispiel, die WBQ-Prüfung wäre im März möglich oder im Oktober. Die HAKU-Prüfung wäre dann im April möglich oder im November. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du hast halt eine Weiterbildung. Ich sage mal, dir geht jetzt ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre. In dem Beispiel geht es jetzt einmal drei Jahre. Du besuchst drei Jahre lang deinen Unterricht und schreibst dann, sage ich mal, im März die WBQ-Prüfung und einen Monat später dann die HAKU-Prüfung. Also du schreibst praktisch bei, du hast zwei Jahre Vorbereitungszeit und schreibst dann alle Prüfungen innerhalb von einem Monat Abstand, was natürlich dazu führt, dass du das ganze Wissen auf Knopfdruck abrufbar hast und in der Prüfungsphase sein musst. Es gibt aber auch so Durchführungsformen, wie zum Beispiel, man splittet die Prüfungen. Das heißt, man kann die erste Prüfung nach einem halben Jahr schreiben und die andere praktisch nach einem Jahr. Also zum Beispiel hier am Anfang sechs Monate und dann hier sozusagen 13 Monate. Jetzt muss man natürlich schauen, was für eine Ausbildung hast du, was für Berufserfahrung hast du, was für Fähigkeiten bringst du mit. Weil prinzipiell würden wir tatsächlich empfehlen, dass es für die breite Masse tatsächlich am besten ist, zu sagen, man macht die Weiterbildung, ich sage jetzt einmal pauschal zwei Jahre, weil du dich dann darauf konzentrieren kannst. Länger darüber hinaus drei oder vier Jahre, das nagt dann schon irgendwann an der Substanz. Du willst auch Freizeit haben, du willst was von deiner Weiterbildung haben, du willst sie abschließen und dich beruflich weiterentwickeln. Dementsprechend empfehlen wir immer zwei Jahre, weil das ist ein überschaubarer Zeitraum. Alles darüber hinaus wird meiner Meinung nach kritisch, weil man kann es auch ein bisschen kompakter und effektiver machen. Und ich empfehle tatsächlich für die breite Masse, dass man sagt, okay, du hast vielleicht lieber am Anfang so zwölf Monate und schreibst dann die erste Prüfung. Warum jetzt am Anfang zwölf Monate? Man muss sich zurechtfinden, man braucht ein bisschen Struktur. Am Anfang kommt das Rad nicht immer so perfekt ins Rollen. Und du hast auch hier bei dem WBQ-Teil viele Sachen, wo du halt auswendig lernen musst, wo du nicht so situationsbezogen anwenden musst. Und wie gesagt, manchmal kann es ein bisschen Startschwierigkeiten geben. Wir empfehlen dann lieber immer die Haku-Prüfung direkt danach sechs Monaten, beziehungsweise nach sieben Monaten zu schreiben. Lieber hier vorne ein bisschen länger Zeit haben, weil dann hast du mehr Zeit und könntest dich schon in dem Zeitraum auch ein bisschen auf die Haku-Prüfung vorbereiten. Anstatt die WBQ direkt nach sechs Monaten zu schreiben und dann die Haku-Prüfung der einen Jahrzeit zu lassen. Weil man sagt auch, die Haku-Prüfung ist, finde ich, leichter anstatt die WBQ-Prüfung. Und deshalb macht es halt Sinn, hier am Anfang eine längere Vorbereitungszeit zu haben für die erste Prüfung, die zu schreiben und direkt danach die zweite, also nach sieben Monaten. Ein Monat, wie in dieser Form hier oben, ein Monat-Lücke, würde ich gar nicht empfehlen, weil da kannst du dich ja gar nicht vorbereiten. Aber wenn du sieben Monate hast, da geht dann schon einiges. Vor allem auch, weil es etwas leichter ist, es ist nicht so umfangreich wie die WBQ-Prüfung. Viele Inhalte, die du schon bei WBQ hattest, bauen auch die Haku-Prüfung auf. Das heißt, wenn du hier dich effektiv und gut vorbereitest, dann hast du schon bei manchen Themen sozusagen zwei Fliege mit einer Klappe. Ja, das ist das Ganze Unternehmensführung, Personal, Aufbauorganisation, Kulturentwicklung brauchst du dann später beim Haku-Bereich auch. Das baut so ein bisschen drauf auf. Aber auch in Rechnungswesen gibt es ein paar Themen, die sich dann halt einfach überschneiden. Weil du hast hier Finanzierung und Investitionen und Controlling, betriebliches Rechnungswesen und halt auch Organisationsentwicklung, Führung und Zusammenarbeit. Und hier hast du halt Rechnungswesen, Unternehmensführung. Da bauen halt einfach die Inhalte aufeinander auf. Deshalb ist unsere Empfehlung, hier eine gute Grundlage zu bauen und danach lieber direkt danach die Prüfung zu schreiben. Beide. Also die Haku-Prüfung zum Schluss. Und dann ist es so, nach vier bis sechs Wochen hast du immer noch das Fachgespräch. Das findet halt von deiner örtlichen IHK individuell statt. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du halt Industriefachwirt. Jetzt muss man einfach gucken, was ist sinnvoll vom Zeitraum her. Wobei der Zeitraum nur einer von den wenigen Faktoren sind, die du berücksichtigen solltest. Also der Zeitraum mit wann sind die Prüfungen und wie lange mache ich die Weiterbildung. Das alles sollte bei deiner Entscheidung von dem Bildungsträger mit einfließen. Aber es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die du berücksichtigen solltest, um halt herauszufinden, was für dich das Beste ist. Wir haben schon gesagt, das Beste gibt es nicht. Es hängt von deiner Situation ab. Ist dir eine Erfolgsgarantie wichtig? Ist dir wichtig, dass du immer einen Ansprechpartner hast? Sind dir gute Servicezeiten wichtig? Und da musst du einfach herausfinden, nicht nur sagen, okay, ich will keinen Online-Unterricht, weil beim Online habe ich keinen Ansprechpartner. Ja, wenn du das irgendwo mal aufgegriffen hast, zum Beispiel, dann ist halt auch wichtig zu fragen, okay, wo hat er die Weiterbildung gemacht? Was war der Anlass, dass er keinen Ansprechpartner gemacht hat? Weil da gibt es auch ganz viele Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Dementsprechend musst du dich einfach informieren. Und wenn du mehr Informationen über unsere Kursstrukturen willst, dann melde dich einfach bei uns auf der Webseite. Dann sprechen wir über deine Situation, finden heraus, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und dann hören wir uns schon bald in einem Beratungsgespräch. Bis dahin, ich freue mich, dein Patrick. Bis dahin, ich freue mich, dein Patrick.